Die in Kalifornien geborene Ehefrau von Prinz Harry zeigte sich angesichts des Amoklauf an einer texanischen Grundschule tief bestürzt und bekundete ihr Beileid. Mit Jeans, weißen T-Shirts, Sneakers und einer Baseballkappe am Kopf bekleidet, legte Markle an einem Gedenkort Blumen für die Opfer nieder, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vor Ort berichtete. Diese Reise sei für Markle ein persönliches Anliegen als Mutter gewesen, erklärte ein Sprecher der Herzogin gegenüber dem People Magazine. Sie habe damit ihr Beileid und ihre Unterstützung ausdrücken wollen. Die Herzogin von Sussex und ihr Prinz Harry leben gemeinsam mit ihren Kindern Archie und Lilibeth Diana im kalifornischen Montecito. Auch der Schauspieler Matthew McConaughey zeigte sich nach dem Schulmassaker entsetzt. Wieder einmal haben wir auf tragische Weise bewiesen, dass wir nicht in der Lage sind, für die Rechte, die uns unsere Freiheit gewährt, Verantwortung zu übernehmen, schrieb der Schauspieler, der aus YouWalt kommt, auf Twitter. Für diejenigen, die ihre Angehörigen heute abgesetzt haben, ohne zu wissen, dass es ein Abschied war, gibt es keine Worte, die ihren Verlust begreifen oder heilen können. Aber wenn Gebete Trost spenden können, werden wir sie weitersprechen, so der Schauspieler. Das Schulmassaker mit den meisten Toten seit einem Jahrzehnt hat über die Landesgrenzen hinaus Entsetzen ausgelöst und eine erneute Debatte über das schwache Waffenrecht in den USA ausgelöst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017